Hallo, ich bin Andreas Kiefer. In diesem Videotraining zeige ich Ihnen, wie Sie VMware vSphere 6 kennenlernen, aufbauen und verwalten können. Seit 2009 arbeite ich als Trainer und Berater für VMware vSphere. Die Videos richten sich in erster Linie an Administratoren, welche noch keine oder wenig Erfahrung mit VMware vSphere haben. Grundlegende Kenntnisse in Windows werden vorausgesetzt. Dabei ist auch vom Vorteil, Kenntnisse in Linux, der Netzwerk- und Storage-Verwaltung zu besitzen. Aber auch erfahrene Administratoren werden in vielen Praxisbeispielen Tipps und Anregungen für ihre Arbeit finden. Weiterhin wird auch auf Neuerungen in VMware vSphere 6 eingegangen. Als erstes zeige ich Ihnen die Werkzeuge, die Sie benötigen. Wir installieren das Hypervisor-System ESXi-Server sowie die Management-Oberfläche vCenter-Server. Basierend darauf zeige ich Ihnen, wie Sie eine hochverfügbare virtuelle Infrastruktur aufbauen und verwalten sowie neue virtuelle Maschinen schnell und effizient Ihren Kunden zur Verfügung stellen können. Abschließend zeige ich Ihnen die Möglichkeit, wie Sie sich auf einem leistungsfähigen PC eine eigene VMware-Testumgebung aufbauen können. Unternehmen Sie mit mir Ihre ersten Schritte innerhalb einer virtuellen Infrastruktur. Viel Spaß mit dem Videotraining zu VMware vSphere 6.